und KUB TV. Bitte, Herr Weidmann. Glauben über den Verstand. Was ist Glauben über den Verstand? Allmählich beginnen wir das zu fühlen, basiert auf unserer Erfahrung. Und das bedeutet, dass Münze, Münze sammelt sich eine große Summe, die Gewohnheit wie zur zweiten Natur, und dann mehr und mehr kommen wir zum Gefühl näher dessen, was Spiritualität genannt wird. Dass es vollkommen die Eigenschaft des Gebens ist, Bina, und nicht die Eigenschaft des Empfangens, wie jetzt Malchut. Und so allmählich erlangen wir vom Unterricht zum Unterricht, das eine als das andere Mal, in den Perioden von Pause zu Pause, zwischen Unterrichten dort arbeitet es aus, auch zwischen uns. Und so nähern wir uns an der Arbeit. Bitte um Entschuldigung. Und deswegen müssen wir nur noch mehr und noch mehr hinzufügen, hinzufügen in diesen Eigenschaften, was bedeutet Glauben über den Verstand und wie wir darin voranschreiten. Ich denke, dass wir weitermachen werden, aber wichtig ist, dass wir verstehen, wir müssen uns von der Stufe des Empfangens erheben, des Wissens, des Verlangens zu empfangen. Ständig weinen wir darin, sind wir geboren, so spüren wir das, wir sind daran gewöhnt, die Welt so zu sehen, wie die Welt aufgebaut ist, wie sich die Welt ändert, funktioniert. Aber tatsächlich müssen wir als Resultat dieser Übungen uns auf eine andere Stufe erheben. Wenn wir beginnen, darüber nachzudenken, möglichst mehr, was das Licht ist, welche zur Quelle zurückkehrt, zu was uns das Licht bringen muss, was es bedeutet, auf die Stufe Binah sich zu erheben, von der Stufe Malchut. Und so mehr und mehr erheben wir uns. Man muss sich bemühen, ein inneres Gefühl bekommen, was es bedeutet, dass ich mich vollkommen in der Eigenschaft des Gebens befinde und nicht in der Eigenschaft des Empfangens. Lasst uns das Programm, die Diskette ändern. Lasst uns beginnen, als ob anders sich zu beziehen, mit einem neuen Verstand, mit einem neuen Herz zur Realität. Was werden wir dann sehen? So müssen wir uns bemühen, diese bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.